Timo Baumgartel, Fußballprofi. Von klein auf. Fußball stand für mich im Mittelpunkt. Es war alles darauf ausgelegt, maximal Leistung zu bringen. Doch all das war nach einem Arztbesuch plötzlich nebensächlich. Man ist 26, überhaupt keine Symptome. Leistungssportler achtet auf seinen Körper, auf seine Gesundheit. Und dann die Diagnose zu bekommen, Hodentumor aus dem Nichts, dann ist man wie so unter Schock. Wenn man Krebs hört, wird man natürlich mit seinem Tod konfrontiert. Man macht sich Gedanken, was ist, wenn man nicht mehr da ist, wen man zurücklässt. Timo kämpft und möchte wachrütteln. Ich glaube, Männer gehen erst zum Arzt, wenn es wirklich richtig schmerzt und es nicht mehr weggeht. Lässt die Medizin junge Männer beim Thema Hodenkrebs im Stich? Sollten sie, wie wir Frauen, schon in jungen Jahren routinemäßig gecheckt werden? Dem möchte ich nachgehen. Berlin. Hier lebt Timo Baumgartel. Und hier feierte er im Herbst 2022 auch sein Comeback auf dem Platz. Davor lagen Monate als Krebspatient. Darüber möchte ich mit ihm sprechen. Ich besuche ihn und seine Freundin Julia zu Hause. Timo erzählt mir, wie alles begann. Seine Vereine boten eine Früherkennungsuntersuchung auf Hodenkrebs an. Untypisch für sie junge Männer, aber Timo ging hin. Auch im Frühjahr 2022. Das heißt, du hattest sie schon ein paar Mal gemacht und jetzt war einfach ganz normal wieder der Termin. Genau, es war eine routinemäßige Vorsorgeuntersuchung, obwohl es das ja in meinem Alter gar nicht gibt und für Männer in dem Alter sowieso nicht. Und für mich war es immer so, ich habe das meistens im April, Mai gemacht, vorm Urlaub, damit man ein gutes Gefühl in Urlaub geht. Und dieses Mal, man kann jetzt sagen, glücklicherweise bin ich hingegangen. Also ja, im Endeffekt wurde ein bösartiger Tumor gefunden. Drei Tage später war ich operiert. Zehn Tage später habe ich mit der Chemo angefangen. Also es ging alles relativ schnell. Und wie ging es dir in dem Moment, wo diese Diagnose kam? Also man funktioniert eher, weil man erwartet ja nicht, dass man bei einer Vorsorgeuntersuchung irgendwie was Negatives hört, sondern man geht da hin und sagt, okay, zehn Minuten. Ich war, glaube ich, zum Essen verabredet danach mit Julia und habe sie dann angerufen, halb weinend schon, dass irgendwie was gefunden wurde. So ein bisschen fassungslos. Man versucht sich dann auch einzureden, dass es nichts Schlimmes. Am nächsten Tag wurde es dann bestätigt und dann ist man wie so unter Schock. Man funktioniert, man geht zu jeder einzelnen Untersuchung und dann versucht man einfach irgendwie damit klarzukommen. Und ich glaube, mit der OP ging es dann für mich so aufwärts, weil ich dann gesagt habe, okay, das muss ich jetzt als Verletzung in dem Sinne nehmen. Da ist man als Leistungssportner ja leider geübt drin und sagt, okay, die Chemotherapie ist dann einfach die Behandlung und danach geht es wieder auf den Fußballplatz. Und ich glaube, das Gedankenmuster hat mich geprägt und das hat mir dann auch geholfen, so schnell wieder zurückzukommen. Von Anfang an macht Timo Baumgartel seine Erkrankung öffentlich. Sich zurückzuziehen ist für ihn keine Option. Er bleibt und lässt sich von der Diagnose Hodenkrebs nicht unterkriegen. Auf Social Media zeigt Timo Baumgartel selbstbewusst, ich bestimme, wann meine Haare gehen, nicht die Krankheit. Das Ganze außerdem mit Humor zu nehmen, gehört für Timo dazu. Die Hodenkrebserkrankung nicht verheimlichen. Andere Profifußballer ziehen mit. Sébastien Allaire zum Beispiel und Jean-Paul Boetius. Warum macht Timo das Thema publik? Ich wusste um meine Vorbildfunktion und ich wusste einfach, dass ich mit meiner Geschichte auch Menschen dazu bringen kann, ihre Gesundheit zu achten. Und ich glaube, das wusste ich ab dem ersten Moment, dass ich trotz der Diagnose da jetzt auch vorangehen muss. Und das war für mich so ein bisschen der wichtigste Punkt, dass wir da so ein bisschen was angeregt haben. Nur wieso war das überhaupt nötig und Hodenkrebs als Thema so wenig beachtet? Hodenkrebs ist die häufigste Krebsart bei Männern im Alter zwischen 25 und 45. Er kann Beziehungen zerstören, den Familien planen und sogar töten. Es gibt einige Risikofaktoren, eindeutige Ursachen bislang jedoch nicht. Wäre da nicht eine von den gesetzlichen Krankenversicherungen bezahlte Früherkennung angesagt? Dafür müssen Leistungen ausreichend zweckmäßig und wirtschaftlich sein und das Maß des Notwendigen nicht überschreiten, steht im Sozialgesetzbuch. Trifft das für ein Screening auf Hodenkrebs nicht zu? Jetzt ist Hodenkrebs zwar die häufigste Krebserkrankung bei Männern in einem bestimmten Alter, aber glücklicherweise liegt das daran, dass einfach bei jungen Männern Krebs sehr selten ist. Und auch Hodenkrebs sehr selten ist. Dr. Klaus Koch und sein Team vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen überprüfen, inwiefern medizinische Methoden Menschen nutzen oder schaden. Er erzählt mir, etwa einer von 10.000 Männern in Deutschland erkrankt jedes Jahr neu an Hodenkrebs. Die Früherkennung hat immer Grenzen und allein die Häufigkeit einer Erkrankung ist ein wichtiger Aspekt bei der Früherkennung. Also wenn eine Erkrankung zu selten ist, dann muss die Früherkennung extrem gut funktionieren, damit sie nicht mehr Schaden als Nutzen hat. Und da geht es jetzt nicht um Geld, sondern da geht es tatsächlich um gesundheitliche Aspekte. Also im Vergleich zu den Krebsfrüherkennungen, die von den Kassen schon bezahlt werden, ist die Bilanz für eine Früherkennung von Hodenkrebs deutlich schlechter. So, dass ich nicht davon ausgehe, dass das zur Kassenleistung wird. Mehr Schaden als Nutzen bei Früherkennung? Das klingt erstmal irritierend. Aber generell können Früherkennungsmaßnahmen laut Koch eben auch Nachteile haben, wie falsche Untersuchungsergebnisse oder überflüssige Behandlungen zum Beispiel. Außerdem können durch sie Abweichungen erkannt werden, die eigentlich nie zum Problem geworden wären, die nun für die Betroffenen aber möglicherweise Stress oder sogar unnötige Eingriffe nach sich ziehen. Ein Screening auf Hodenkrebs ist laut Evidenz nicht zu begründen. Aber gibt es eine andere Möglichkeit, Männer in Sachen Früherkennung zu unterstützen? Der Tumor bei Timo war bösartig. Deshalb bekam er nach der OP zusätzlich eine Chemotherapie. Dreimal eine knappe Woche im Krankenhaus, viele Stunden pro Tag am Tropf. Im Endeffekt läuft da ein pures Gift im Körper und man hofft einfach, dass die Zellen, die entartet sind, einfach getötet werden. Seine Freundin Julia ist die ganze Zeit an Timos Seite. Die beiden kennen sich seit der Schule. Was war das Schwierigste für dich? Ich glaube tatsächlich, ihn im Krankenhaus immer alleine zu lassen, ihn da hinzubringen und dann aber doch wieder nach Hause zu fahren und zu wissen, man kann jetzt halt nicht da sein. Weil man sitzt ja dann auch nicht zu Hause und entspannt sich, sondern man ist ja genauso hilflos zu Hause und wartet dann halt alleine, dass es vorbei ist, sag ich mal. Julia ist Ernährungswissenschaftlerin. Während der Klinik aufenthalte, bringt sie Timo regelmäßig Essen vorbei. Ihr Fachwissen über die passende Ernährung hilft die in dieser Ausnahmesituation allerdings nur bedingt weiter. Mit der Übelkeit geht es dann irgendwann weniger darum, was gesund ist, sondern was kann er überhaupt essen. Und wie kriegt er überhaupt genügend Kalorien rein, dass der Körper noch Energie hat. Das heißt, wir haben uns dann morgens immer telefoniert. Ich habe ihn gefragt, was er an dem Tag überhaupt essen kann. Und das haben wir dann halt zubereitet und mitgebracht, damit überhaupt was in den Körper kommt. Weil du merkst, sobald das halt weg ist, sinkt die Energie und dann wird der Gesamtzustand irgendwie schlechter. Was manchmal auch bedeutet hat, mittags zwei Eis. Aber es waren halt Kalorien und damit ging es dann besser. Durchhalten ist angesagt. Monatelang orientiert sich alles an Timos Erkrankung. Gemeinsam stehen sie das durch. Eine Zeit, die Timo anderen ersparen möchte. Ich glaube, das ist auch so eine Wertevermittlung, die von den Eltern mitgetragen werden muss, von der Schule, von den Lehrern. Dass man sagt, okay, pass mal auf, ihr seid jetzt in dem Alter, weil ich wusste es davor nicht. Und ich glaube, das ist ein minimaler Prozent. Ich glaube, der ist jetzt größer geworden durch die Fälle in der Bundesliga, aber es weiß noch nicht jeder, dass so etwas vorkommen kann. Offen mit dem Thema Hodenkrebs umgehen. Und es in den Unterricht einbauen, um wirklich alle zu erreichen. Gute Idee. Und das passiert sogar schon. In Marburg möchte ich mir anschauen, wie genau. Hier sind heute Fachleute vom Uniklinikum zu Gast. Eigentlich nur für junge Männer, aber ich bin geduldet. Wenn zwischendurch Fragen sind, irgendwas unklar ist oder so, ihr könnt jederzeit mich unterbrechen und reinquatschen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Professor Johannes Huber und sein Team möchten die Körperwahrnehmung der Schüler stärken. Und aufklären. Dazu zeigt der Urologe ganz genau, wie Hoden aufgebaut sind. Und er sagt, dass die jungen Männer diese regelmäßig selbst aufmerksam abtasten sollten. Also Take-Home-Message ist eigentlich, wenn was Hartes am Hoden zu tasten ist, was vorher nicht da ist, was vor allem im Seitenvergleich anders ist als auf der anderen Seite, da ist wahrscheinlich was nicht ganz in Ordnung. Wenn es gleich ist, wird es von Natur aus so angelegt sein. Und das Zweite ist, wenn man plötzlich starke Schmerzen im Hodensack hat, sollte man schnell ins Krankenhaus. Den Check sollten junge Männer laut Professor Huber einmal im Monat einplanen. In ruhiger, warmer Umgebung. Also in der Regel unter der Dusche, in der Badewanne, im Bett, kann man den Hoden wunderbar betasten. Das Pate-Team setzt also auf regelmäßiges Selbstabtasten und Eigenverantwortung. Es wäre sicher verkehrt, jeden jungen Mann zwangsläufig zur Urologin oder zum Urologen zu zwingen oder ihm ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn er nicht zum Urologen geht. Es ist in den jungen Jahren sicher ausreichend bei Bedarf zu gehen. Man muss halt den Bedarf erkennen und entsprechend sich dann vorstellen, wenn man eine Veränderung feststellt oder ein Problem hat. Abtasten üben gehört auch zu dieser besonderen Unterrichtseinheit. Pate, ein Netzwerk aus Ärztinnen, Studierenden und Freiwilligen, hat dafür verschiedene Modelle mitgebracht. An ihnen lernen die jungen Männer, Veränderungen zu erkennen. Und das, was du oben hast, ist alles Samenleiter. Das Thema kommt an. Auch weil einige sich vorab bereits ihre Gedanken dazu gemacht hatten. In letzter Zeit war es ja so, dass es schon mehr Präsenz in der Öffentlichkeit hatte, eben wegen den Fußballern, die ja häufig erkrankt sind. Das heißt, darüber hat man sich ja schon unterhalten, weil es war ja irgendwie schon ungewöhnlich. Man hat auf einmal gehört, okay, der hat einen Hodentumor, der hat einen Hodentumor und die sind ja eigentlich topfit. Zwischendurch bin auch ich mal kurz dran und frage mich, reicht es für junge Männer als Früherkennung wirklich, sich selbst abzutasten? Ja, also wir können bei den Patienten, die mit einem auffälligen Tastbefund vorstellig werden, etwa 70 Prozent mit der alleinigen Entfernung des Hodens schon heilen. Die brauchen also keine weitere Behandlung. Bei den restlichen ist also eine weitere Verteilung im Körper aufgetreten, was unterschiedliche zusätzliche Behandlungsmaßnahmen erfordert. Den allermeisten können wir aber sehr gut helfen und die allermeisten können wir auch langfristig heilen. Es gibt außerdem auch Stimmen, die sagen, wenn ich jetzt schon früher gewusst hätte, dass ich einen Hodenkrebs habe, dann hätte ich möglicherweise auch ohne Chemo auskommen können oder ähnliches. Wäre das nicht auch ein Grund dafür zu sagen, man muss sozusagen von der Kasse bezahlt auch vorher schon mal nachgucken, ob alles in Ordnung ist? Dass man invasivere Behandlungen wie Operationen oder Chemotherapie nicht durchführen muss, ist natürlich ein wichtiges Ziel. Aber auch hier muss man sich natürlich überlegen, wie der Aufwand ist, um die wenigen möglicherweise in dieser kurzen Phase zu finden, wo sie eine Hodenkrebserkrankung mit dem Ultraschall feststellbar haben, bevor die dann streut. Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zu dem Nutzen, den man erreichen könnte. Die Erkrankungshäufigkeiten geben einfach eine Früherkennung organisiert für den Hodenkrebs nicht her. Deswegen ist die Selbstuntersuchung die Maßnahme, die man den jungen Männern beibringen sollte, um die Erkrankung frühzeitig zu erkennen. Für Professor Johannes Huber spricht alles für eine geschulte Selbstabtastung anstelle eines Screenings wie das bei jungen Frauen auf Gebärmutterhalskrebs. Und für Aufklärung. Eine eindrucksvolle Unterrichtsstunde, die überzeugt. Viele Sachen hört man zum ersten Mal. Von daher auf jeden Fall hilfreich. Also dass man genau weiß, worauf man jetzt achten muss beim Abtasten, das wusste ich eben auch noch nicht. Und das war irgendwie auch nochmal ganz gut zu sehen auf jeden Fall. Und was ich auch gut fand, dass wir nochmal das Modell hatten zum Tasten. Und dann auch nochmal mit dem Modell vorne nochmal gucken konnten, die wirklich Urologen dann da arbeiten, um das zu üben. Weil er auch meinte, dass die herangehenden Ärzte auch mit solchen Sachen üben, mit solchen Modellen. Und das fand ich auf jeden Fall cool. Die Veranstaltung hat einiges geklärt. Hodenkrebs kann oft ertastet und dann behandelt werden. Die Heilungschancen sind vergleichsweise gut. Zum Glück. Eine geschulte Eigenuntersuchung scheint also sinnvoll, sagt auch Timo Baumgartel. Ich glaube, es ist so eine Kampagne wichtig zu zeigen, okay, die Erkrankung gibt's, so könnt ihr zumindest das Risiko vermindern. Jungen Männern einfach so ein Leid zu ersparen, das finde ich halt, ich glaube, das Wichtigste. Auch Timo Baumgartel hat durch seinen Umgang mit der Erkrankung einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, junge Männer auf das Thema Hodenkrebs aufmerksam zu machen. Und er hat die Erkrankung bekämpft. Fünf Monate nach der Diagnose ist er zurück im Profisport. Wir waren das erste Mal auf dem Platz, das erste Mal im Kader und dann das erste Heimspiel. Das war wunderschön, dass es zu Hause war, von den Fans empfangen zu werden, 60 Minuten zu spielen. Wir haben gewonnen, also ich glaube, das war ein rundum schöner Tag. Die Ärzte waren da, habe ich eingeladen, meine Mutter war da, Julia war da. Es war noch besser, als ich mir vorgestellt habe. Die Erfahrungen der vorangegangenen Monate bleiben. Und sie prägen den Alltag von Timo und Julia bis heute. Wir machen eher die Dinge bewusster. Es war ja keine Krebsart, die man hätte irgendwie beeinflussen können durch den Lebensstil, sondern es ist was, es passiert oder es passiert halt auch nicht. Aber wir nehmen die Dinge, würde ich sagen, noch mehr wahr oder schätzen sie mehr, als es vorher der Fall war. Julia arbeitet als Yoga-Lehrerin, schon seit Jahren. Eine Erfahrung, von der auch Timo profitiert. Die beiden trainieren regelmäßig gemeinsam, gönnen sich immer wieder ganz bewusst Hauszeiten. Man schaut, dass man dem Körper noch mehr Möglichkeiten gibt, Stress zu reduzieren. Wir haben Meditation angefangen, Yoga mache ich viel. Und ich merke einfach, dass es mir gut tut. Und auch, ja, das Wichtigste war, glaube ich, sich nicht über die kleinen Dinge im Leben wirklich aufzuregen, sondern einfach das große Ganze zu sehen. Und dadurch reduziert sich der Stress, bei mir vor allem. Und dann, ja, sieht man auch, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt, als ein gewonnenes Spiel. Dankeschön. Timo und Julia haben offen ihre Geschichte erzählt. Dafür bin ich sehr dankbar. Sie zeigt, wir alle müssen unseren eigenen Weg gehen. Von der Medizin übersehen wurde das Thema Hodenkrebs meiner Recherche nach nicht. In Sachen Aufklärung geht dagegen schon noch mehr. Also, wenn ihr Fragen habt, schaut gern mal in den ersten Kommentaren. Ah, jetzt beGsah, der Vielen Dank.